Hallo Leute, Marc Bellinghaus. Wir schauen gerade auf den selbsternannten Märtyrer des Bündnisses 90, die Grünen, Anton Hofreiter. Der saß nämlich gestern am 11. Juni bei Markus Lanz. Da waren zu Gast Grünen-Politiker Anton Hofreiter, Journalistin Eva Quadbeck, Journalist Martin Machowetz, ZDF-Korrespondent Thomas Walde und Oberst A.D. Wolfgang Richter. Leute, diese Show solltet ihr euch anschauen, denn es ist wirklich schon sehr, sehr auffällig, was Herr Hofreiter allein körpersprachlich tut. Er sitzt da und guckt vor sich hin, er guckt nicht seinem Gegenüber ins Gesicht und das zeigt schon, in welcher Welt dieser Mann lebt. Und vor allem die Fakten und Themen, die von Lanz rausgefahren werden, sind absolut richtig. Lasst euch diese Show nicht entgehen.